Jo Leute und herzlich willkommen zu neuen Diorfun Kanal. Ich bin jetzt hier gerade online gekommen und ich konnte einfach meinen Augen nicht trauen. Sie haben jetzt einfach so ein Alienpaket reingebracht und ich besitze nur diesen 1 Skin Nr. 1.8 und bekomme das Paket einfach um 700 V-Bucks. Bekomme dafür einen Skin um 2000 V-Bucks, den ich schon mal besessen habe. Ja, richtig gehört Leute, ich habe mir den in Season 8 geholt, direkt wieder reinkam. Nur ich durfte damals noch kein Geld ausgeben und meine Eltern haben das dann irgendwie wieder zurückerstattet. Deswegen habe ich den Skin jetzt nicht. Aber um jetzt die Wahrheit bei Season 8 und so, die OG Seasons, wo ich gespielt habe, also wirklich Chapter 1, da durfte ich nämlich kein Geld ausgeben. Und ja, also ich durfte auch nicht immer Geld ausgeben für Fortnite. Also dieses Paket wird sich auf jeden Fall geholt. Das zweite, da besitze ich zwar auch Spacey God Groove, aber 1,5 ist mir doch zu teuer. Da kaufe ich mir lieber irgendeinen anderen neuen Skin. Aber 700 V-Bucks für einen 2000 V-Bucks Skin und einfach noch so ein Surgaton Alien. Finde ich sehr, sehr cool. Werde ich mir jetzt auch holen, also gar keine Frage. Ich fühle auch diesen Skin anders, diesen Leviathan. Also den hier nicht ganz so, aber ist auch cool. Deswegen, ja. Was ist hier sonst noch im Shop? Einfach nur Sachen, die eh schon sehr oft zurück waren. Chicken Wing ist wieder zurück. Danke, Witter. Blitz ist wieder back. Blitz ist auch nicht so ein schlechter Skin. Instinct ist wieder back. Ja, Maximilian ist wieder back. Anschlag, Rülpser, multige Haltung und so fertig. Ja, Leute. Falls ihr euch fragt, warum ich die V-Bucks für Screw aber noch nicht bekommen habe. Nächste Abrechnung ist erst am 27. September. Und ja, der voraussichtliche Start der nächsten Season ist am 17. Beziehungsweise am 18. September. Am 17. September endet die Season 3, Chapter 3. Und am 18. September, also wieder am Sonntag, sollte dann Season 4 beginnen. Ja, Leute. Soviel zu dem kurzen Shop-Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr sowas öfter sehen wollt, lasst euch mal gern ein Like und ein Abo da. Haut rein. Euer Vika Chill. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.